Ja, hallo und herzlich willkommen Leute! Ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch alle Punch Cards, also alle Stempelkarten, einmal von Season 4 in Kapitel 2. Wir hatten ja Stempelkarten bereits in der letzten Season und ja, einmal diese Saison haben wir wieder Stempelkarten. Ich habe die letzten zwei Tage mehr oder weniger nur mit Angeln und damit Stempelkarten verbracht, denn ich wollte euch das Video zeigen mit so gut wie allen Stempelkarten, die ihr eben erhalten könnt, damit ihr eben auch die deutschen Begriffe dazu wisst und wie gesagt, ich wollte es nicht so halbherzig machen, dass ich die Hälfte davon nicht habe. Es gibt ein paar, die könnt ihr im Moment noch nicht bekommen und dann gibt es ein oder zwei, die sind ein bisschen schwieriger zu bekommen und ich bin ein bisschen Noob dafür. Aber ich zeige euch jetzt in dem Video alle Stempelkarten und wie ihr diese bekommt. Im Moment sind es 55. Es kann sein, dass noch welche im Lauf der Saison einmal hinzugefügt werden. Das war in der letzten Season auch so. Also wie gesagt, Stand der Dinge heute 29.8. Es gibt 55 insgesamt. Ja, wenn ihr mich persönlich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich Cratercore-Kuschel im Itemshop benutzen oder lasst einfach ein Abo da, liked das Video. Ich versuche im Moment viel Fortnite-Content für die neue Season rauszuhauen. Vielen lieben Dank dafür. Also wir fangen einfach direkt hier mit A01 an. Und zwar ist es die Stempelkarte Ich bin Groot und ihr braucht dafür einmal Groots Dornenschild. Das bekommt ihr aus den Supply-Drones, die es eben bei den Landestellen gibt von den Flugzeugen. Ich habe dafür auch ein Video hochgeladen, wie ihr alle mythischen Waffen einfach bekommt. Also wie gesagt, ihr braucht einmal das Dornenschild und ihr müsst Schaden mit Groots Dornenschild abfangen. Dann gibt es Doom Braucht Keine Hilfe. Dort müsst ihr Schaden mit Dr. Dooms Kräften einmal zufügen. Also einfach Dooms Sachen aufnehmen und Gegner damit abschießen zum Beispiel. Dann gibt es schneller als das Licht. Meta mit Silver Surfer Sport zurückgelegt. Als nächstes haben wir einmal hoch hinaus. Da müsst ihr unter den letzten 10 sein. Dann haben wir einmal Champion. Das hatten wir auch letzte Season schon. Ihr müsst einfach in verschiedenen Modi gewonnen haben. Ja, ich hier habe einmal in Team Rumble gewonnen. Kapper. Aber ich muss sagen, wie gesagt, die meiste Zeit, wenn ich gespielt habe, im Moment war es Angeln. Oder wenn ich Solo oder so gespielt habe, war es meistens, um zum Beispiel Groots Sachen zu bekommen oder Silver Surfer Sachen zu bekommen oder meine Challenges zu machen. Dementsprechend habe ich überhaupt noch nicht versucht, irgendwie einen Win oder den Win Umbrella zu bekommen. Das kommt aber alles noch. Dann gibt es einmal gemeinsamer Ruhm. Ihr müsst ein Match mit einem Freund gewinnen. Das könnt ihr auch im Team Rumble machen, Leute. Also einfach mit einem Freund Team Rumble spielen und gewinnen, wenn es euch so zu schwer ist. Ich weiß nicht, jeder von uns ist ein Competitive Arena Spieler. Dann einmal Baumfeld. Ihr müsst Bäume zerstören. Dann haben wir Sammelfieber. Ihr müsst Baumaterialien abbauen. Und ihr wisst, pro Stempelkarte wird es immer mehr. Dann gibt es einmal jedes kleine bisschen hilft. Ihr müsst sofort Gegenstände benutzen. Dann haben wir Sparfuchs. Das gab es auch letzte Season schon. Ihr müsst gleichzeitig einmal 9 und 9 von jedem Baumaterial besitzen. Entweder passiert es einfach so, wenn ihr zum Beispiel im normalen Game viele Leute tötet und deren Sachen aufnehmt. Oder ihr könnt nach Team Rumble gehen und einfach 10 Minuten lang farmen. Ihr bekommt nicht in Team Rumble mehr Baumaterialien, wenn ihr was abhaut. Dann haben wir einmal Hau die Drohne. Ihr müsst Starks Industrievorratsdrohnen zerstören. Dann gibt es Jackpot. Ihr müsst Vorratslamas durchsuchen. Dann einmal das Munitionslager füllen. Munitionskisten durchsuchen. Kostenlose Lieferung. Vorratslieferungen durchsuchen. Dann gibt es hier, habt ihr was gefunden. Normale Truhen durchsuchen. Bei fette Beute müsst ihr seltene Truhen durchsuchen. Dann geht es aber ungeduldig. Ihr müsst eine Vorratslieferung vom Himmel runterschießen. Also wenn ihr eine seht, wenn ihr die runterschießt einmal, dann bekommt ihr einmal diese Stempelkarte ausgefüllt. Dann einmal, zack, Gegnern Schaden zugefügt. Anmaßen der Narren. Ihr müsst Doom Handlanger eliminieren. Gibt es halt im Moment, wie gesagt, nur in Dooms Domain. Sie hatten keine Chance. Dann müsst ihr einfach Spiele eliminieren. Dann gibt es einmal Roboterarmee. Starkroboter eliminieren. Bei Bam oder Bam müsst ihr einmal Eliminierungen mit dem Scharfschützengewehr machen. Dann haben wir das gleiche mit Eliminierungen für die Pistole. Bei Peng Eliminierungen mit Explosivwaffen. Dann gibt es einmal die Stempelkarte, wie aus dem Nichts. Dort müsst ihr Gegner aus über 150 Meter Entfernung eliminieren. Dann haben wir einmal Handwerkszeug eines Spions. Eliminierungen mit verschiedenen Waffentypen. Müsst einmal einen Gegner mit einer Pistole, einem Sturmgewehr, einer SMG, einer Shotgun, einer Sniper Rifle und eine Explosivwaffe einmal getötet haben. Dann gibt es Eliminierungen mit dem Sturmgewehr. Und Eliminierungen mit der Maschinenpistole. Und Eliminierungen mit der Schrotflinte natürlich. Als nächstes haben wir Hoch mit dir und zurück ins Gefecht. Ihr müsst einmal Teammitglieder wiederbeleben. Dann gibt es Zurück in die Schlacht. Ihr müsst einmal Teammitglieder neu starten. Bei Fischers Fritze müsst ihr einmal Angelstellen genutzt haben. Und ja, ihr seht es an meinen Punchcards. Also meine Stempelkarten. Wie ich gesagt habe, die letzten zwei Tage, ich habe eigentlich fast nur geangert, um mein Buch zu vervollständigen und das Video für euch zu machen. Also wenn ihr das vollständige Fischbuch sehen wollt und wo ihr was findet und wie ihr die Sachen bekommt. Und ich habe dazu einmal ein Video hochgeladen. Ich verlinke euch das natürlich auch in der Beschreibung bzw. hause ihr jetzt in die Infokarte rein. Wie gesagt, wir haben hier einmal Fischers Fritze. Das sage ich komplett durch die Stempelkarte. Und zwar muss man Angelstellen nutzen. Ich glaube, die letzte Stufe waren 250 Angelstellen. Also wir sind schon da, wo die ganzen Fische mal rausspringen. Dann haben wir einmal angebissen. Da bin ich auch fast fertig. Insgesamt fünf Fische fangen, um die ganze Stempelkarte zu machen. Dann gibt es Regenbogenarsenal. Rüste Waffen zu verschiedenen Häufigkeitsgraden auf. Dann versuchen wir etwas anderes. Ihr müsst einmal eine Waffe umrüsten. Motzen wir das mal auf. Waffen aufgerüstet. Dann geht es einmal vielseitig. Ihr braucht verschiedene Experten-Ehrungen. Was fehlt mir jetzt hier noch? Pistole fehlt mir noch und Explosivwaffen, so wie es aussieht. Dann gibt es Feuer gefangen. Ihr braucht Eliminierungsserien-Ehrungen. Also, ich glaube, schnell mehrere Eliminierungen hintereinander. Oder eventuell auch ohne, dass ihr sterbt. Muss ich mal ausprobieren. Ich habe es nur nicht richtig beachtet, dass ich mal in Team Rumble reingehe und gucke. Dann gibt es Effizient. Kurzherausforderungen abgeschlossen. Dann haben wir ehrgeizig Stempelkarten vervollständigt. Und dann gibt es abgestempelt. Genutzte Stempelkartenfelder. J04 ist dann Level 100 erreichen. Ich bin noch nicht Level 100. Ich habe es mir auch bisher noch nicht hochgekauft. Ich bin aber überlegen, um eventuell die Styles zu bekommen, um Videos zu machen. Aber im Moment bin ich Level 47. Ich habe sehr, sehr viel gesuchtet auch. Aber wie gesagt, J04 ist einmal Level 100 erreichen. Ein denkwürdiges Vermächtnis. In Saison 4 verdiente Vermächtnisse erhalten. Konsistent. Äh, konsistente. Sorry. Wöchentliche Herausforderungen abgeschlossen. So, dann haben wir hier K01 und K03, die noch nicht angezeigt werden. Das ist einmal K01 goldene XP Münzen und K03 sind die lilanen XP Münzen. Wir hatten zwar die Woche schon zwei lilanen XP Münzen. Wie gesagt, auch dazu habe ich natürlich ein Video auf dem Kanal. Aber die erste Abstempelung kommt erst bei drei und wir haben erst zwei. Also wie gesagt, K03 werden wir dann nächste Woche hier sehen können. Und K01, sobald es die goldenen gibt. Dann schlau und blau. Blaue IP Münzen und künes Grün sind die grünen IP Münzen. Ich hoffe einfach mal, dass es die Season nicht so verbuggt ist wie letzte Season. Weil meine Stempelkarte hat sich dann nicht mehr komplett aufgefüllt. Obwohl ich alle eingesammelt hatte. Ja, Q&A einmal Verhörungen durchführen. Könnt ihr zum Beispiel mit Doom Handlangern machen. Beziehungsweise ich glaube, wenn ihr Doos oder Squats spielt, könnt ihr das auch mit anderen Gegenden machen. L02 dann ist einmal eine Eliminierung mit der Feuerfalle machen. Ich habe es echt ein paar Mal versucht, aber ich stelle mich echt zu dumm an. Meistens bei solchen Sachen ist es so, wenn ihr es auf Biegen und Brechen versucht, dann bekommt ihr es nicht hin. Aber im Verlauf des Spiels sollte man es schaffen. Also ich habe das auch bestimmt irgendwann hier. Dann haben wir einmal zur Hand gegangen, von einer Sentinel Hand hochgeschleudert werden. Das ist ganz einfach. Auf der Karte gibt es diese kaputten Roboter. Geht einfach dorthin. Die haben so riesen Hände. Und wenn ihr da auf so eine Hand draufsteigt, dann schleudert ihr euch einmal in die Luft. Und dann habt ihr auch die Stempelkarte direkt. Dann haben wir Präzision und Kraft. Einen Spieler mit einem Stark Industrie Energiegewehr eliminieren. Die bekommt ihr, wie gesagt, wenn ihr zu einem von diesen Flugzeug langenden Platzen geht. Und da gibt es diese Stark Roboter. Einfach einen zum Beispiel umbringen dort. Und dann könnt ihr die Waffe da aufnehmen. Höflichkeit muss sein, weil Busfahrer bedankt. Dann haben wir einmal N01. Das ist auch was. Das ist eine Stempelkarte. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ganz ehrlich. Und zwar müsst ihr einmal den Fahrer eines Autos eliminieren, wenn dessen der eben fährt. Und ihr als Beifahrer einsteigt ins Auto. Also das ist was, was sehr, sehr zufällig bei mir, wenn es überhaupt passiert, passieren wird. Und dann gibt es noch das Letzte hier. Das ist am Steuer mit Passagier gefahrenem Meter. Also einfach in ein Auto einsteigen und ein Teammate zum Beispiel dabei haben. Und dann, wie gesagt, wird es hier hochgezählt. Ja, und wie gesagt, das sind alle 55 Stempelkarten, die es im Moment gibt. Mal gucken, ob sie noch welche hinzufügen. Es kann sein, dass im Verlauf der Season, wie gesagt, noch welche hinzugefügt werden. Wenn ihr Fragen oder so habt, dann schreibt die einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Ganze, wie gesagt, war einigermaßen hilfreich. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Viel Spaß beim Selberspielen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.